In einem SUV wie diesem Hyundai kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Der Antrieb wird von einem Dieselmotor geleistet und einer Automatik. Der Sitzkomfort ist ausgezeichnet und das Auto ist mit nützlichen und angenehmen Extras ausgestattet. So etwa einem Navigationssystem, einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik. Zur Ausrüstung dieses Autos gehören außerdem Dachreling, ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017